Er holt sich vorne den Ball. Könnte der Ausgleich werden. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Er holt sich vorne den Ball. Könnte der Ausgleich werden. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat.